Norddeutschland 440, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant VR4, 260 PS stark, aber auch 1450. 240, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant. 240, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant. 340, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant. 340, das ist Dirkstraße in den Mitsubishi Galant. Das war's für heute. Das war's für heute.